Karosserie Puck. Schnell, sicher und zuverlässig. In bewährter Puck-Qualität beheben wir jeden Schaden. Mit der riesigen Puck-Flotte steht Ihnen während der Schadensbehebung jederzeit ein Ersatzwagen zur Verfügung. Villacherstraße 63 in St. Veit an der Garn. Das ist die richtige Adresse. Karosserie Puck. Top-Team, Top-Leistung und Top-Qualität in allen Bereichen. Wir bringen Ihr Auto wieder in Form. Karosserie Puck in St. Veit an der Garn. Auf dem aktuellsten Stand der Technik. Jetzt mit neuer Technikhalle und als einziges Unternehmen in Kärnten mit Tesla-Zertifizierung für Karosserie-Reparaturen. Auf rund 100 Quadratmetern Fläche können Reparaturen an Elektromobilen der Firma Tesla, aber auch an anderen Fahrzeugen durchgeführt werden. Weiters bietet die Karosserie Puck in den ebenfalls neu gestalteten Dälen- und Pflegehallen ein umfassendes Dälen- und Pflegeservice. Die Puck-Ersatzwagenflotte umfasst derzeit 38 Autos und exklusiv für Tesla-Kunden auch ein Tesla-Elektromobil. Karosserie Puck in St. Veit an der Garn bringt Ihr Auto wieder in Form. Karosserie Puck in St. Veit an der Garn.